Sonntag, der 23. April, Zeit für einen neuen Börsenbrudi-Podcast. Heute mit vielen spannenden Themen, unter anderem gucken wir auf die aktuelle Krise in Deutschland im Bereich des Immobiliensektors. Neue Zahlen gibt es hier und wir stehen wirklich vor vielen Herausforderungen, sowohl die börsennotierten Unternehmen aus dem Immobilienbereich als auch die Politik und die Mieter. Wir gucken aber auch auf das Geldvermögen in Deutschland. Hier gibt es neue Zahlen und das ist wirklich spannend, denn wir sehen, dass nun das Geldvermögen der Deutschen immer mehr gekoppelt ist an Börsenkurse. Und das bedeutet im Endeffekt, immer mehr Deutsche sind an der Börse aktiv. Hier sollten wir mal genauer drauf gucken, genauso wie auf das Thema Cannabis-Aktien und Cannabis-Legalisierung. Vor einigen Jahren gab es viele, die hierauf gesetzt haben und nun zeigt sich große Ernüchterung. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf die Adler Group, ein Immobilienunternehmen in Schwierigkeiten, denn hier stehen nun in Kürze neue Zahlen an. Da schauen wir dann am Ende in diesem Podcast nochmal drauf. Vorher wie immer der Hinweis, das Ganze hier ist natürlich keine Anlageberatung. Weder die Videos auf dem Börsenbrudi-Kanal als auch die Podcast dürfen als Handlungsempfehlungen verstanden werden, sondern wenn, teilen wir hier Ideen mit euch, ob ihr investiert, ob ihr Aktien kauft, verkauft oder haltet. Das ist ganz euch überlassen. Wie gesagt, wenn, dann sind das hier nur Ideen oder Meinungen, aber am Ende trifft jeder für sich eine eigene Anlageentscheidung. Kommen wir nun zum ersten Thema und da schauen wir natürlich nochmal auf den Immobilienbereich. Hier gibt es nämlich neue Zahlen und in der vergangenen Woche gab es auch einen großen Wohnungsbautag in Deutschland, wo nochmal die Probleme sowohl den Politikern als auch eben den Verbandsvertretern, den Mietern etc. geschildert wurden. Da schauen wir gleich drauf. Vorher aber der Blick auf die Baugenehmigungen in Deutschland und hier geht es weiter ordentlich nach unten. Wir haben nämlich bei den Baugenehmigungen einen Trend, der nichts Gutes verheißt, allein zum Beispiel im Bereich der Wohnungen. Im Februar 2023 wurden etwas über 20.000 Wohneinheiten genehmigt. Ein Jahr vorher waren es noch über 28.000 Wohneinheiten. Es zeigt sich, dass wir hier einen riesigen Rückgang haben. Nun, die Baugenehmigungen, die zeigen natürlich nur den Stand von vor ein paar Monaten, denn es dauert natürlich immer etwas, bis die Genehmigungen dann auch erteilt werden. Das heißt, wir sehen in einem Monat dann quasi das Resultat von vor ein paar Monaten, wie viele Anträge eingereicht wurden. Zumindest ungefähr kann man das so ableiten. Es zeigt sich also, dass schon mit gehörigem Vorlauf immer weniger Baugenehmigungen beantragt werden. Und das ist ein Trend, der sich nun den 11. Monat in Folge wahrscheinlich bereits fortsetzt. Im Mai 2022, da war der letzte Höchststand. Mittlerweile haben wir April 2023. Seit Mai des vergangenen Jahres sind die Baugenehmigungen jeden Monat zurückgegangen. Das ist schon wirklich dramatisch und da muss man dann mal abwarten, wie es hier im Jahr 2023 weitergehen wird. Aber aktuell, ja, zeigt sich eigentlich, dass es hier keine Trendumkehr geben wird. Auch im Bereich der Einfamilienhäuser haben wir einen Rückgang um 28,4% zum Vorjahreszeitraum. Bei Zweifamilienhäusern, das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen, 52,4% Rückgang bei den Baugenehmigungen im Bereich der Zweifamilienhäuser. Also da haben wir den drastischsten Rückgang von allen. Im Bereich der Wohneinheiten minus 20,6% und im Bereich von mehr Familienhäusern 23% Rückgang. Das ist wirklich ordentlich und am Ende heißt das natürlich auch deutlich weniger neuer Wohnraum, der entsteht. Es gibt also große Probleme. Das hat mittlerweile natürlich auch die Politik erkannt. Aber Lösungen, die scheinen weiterhin in weiter Ferne zu sein. Am letzten Donnerstag, da gab es den Wohnungsbautag und hier sind Vertreter zusammengekommen. Unter anderem aus der Wirtschaft, zum Beispiel aus dem Bereich Baugewerbe, aus dem Baustoffhandel, Vertreterverbände von Eigentümern, aber auch Mieterverbände und Verbände von Immobilienunternehmen. Die großen Immobilienunternehmen wie Vonovia oder LEG Immobilien, aber auch Viva West und andere lokale Akteure, die schließen sich ja in Immobilienverbänden zusammen. Und die waren hier eben beim Wohnungsbautag ebenfalls vertreten, aber auch Gewerkschaften wie zum Beispiel die IG Bau. Und hier hat man die aktuellen Probleme besprochen. Und man hat auch versucht, Lösungen aufzuzeigen, zumindest Lösungen im Bereich Finanzen. Denn es bedarf wohl einer ordentlichen Förderung des Wohnungsbaus, um die Ziele der Regierung, der Ampelkoalition überhaupt noch zu erreichen. Dass die aktuell nicht erreicht werden können, das ist allen Beteiligten klar, sogar der Politik. Die Bundesbauministerin, Clara Geiwitz, hat für das Jahr 2023 das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen bereits gestrichen. Nun sagt man im Bauministerium, frühestens 2024 wird man dieses Ziel erreichen. Aber alle Zahlen zeigen ganz klar, auch in den nächsten 2-3 Jahren wird es mit diesem Ziel nichts. Und ob das überhaupt wieder erreicht werden kann, das steht eigentlich wirklich in den Sternen. Also diese 400.000 Wohnungen, neue Wohnungen in Deutschland pro Jahr, dieses politische Ziel, das rückt immer weiter in die Ferne. Und da glaube ich auch nicht, dass wir in den nächsten Jahren hier Erfolge sehen können. Nun hat man die Situation aber auf dem Wohnungsbautag analysiert. Und man sagt, alleine im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, das sind 100.000 Sozialwohnungen, die laut Politik im Jahr gebaut werden sollen. Alleine um dieses Ziel zu erreichen, müsste man in den nächsten 2,5 Jahren, sprich bis 2025, 50 Milliarden Euro Förderung durch die Politik bekommen, um diese 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr bauen zu können. 50 Milliarden Euro Förderung aus dem Bundesbauministerium, das ist aktuell absolut nicht vorstellbar. Da geht es, wenn um kleine Milliardenbeträge, wenn überhaupt, oder höhere Millionenbeträge. Aber 50 Milliarden Euro, um dieses Ziel zu erreichen, da kann man, glaube ich, ganz klar das Label unrealistisch dran heften. Das scheint aktuell nicht wirklich zu kommen. Und dementsprechend wird es auch in Zukunft immer weniger Sozialwohnungen wohl geben. Problem natürlich für alle, zum Beispiel mit Wohnberechtigungsschein, die in den Metropolen eine Wohnung suchen. Hier wird es nun immer, immer schwieriger und der Neubau, wie gesagt, der gerät in Stocken. Auch hier kommt wenig nach, sodass die Zahl, die Gesamtzahl der Sozialwohnungen in Deutschland wohl erstmal weiter abnehmen wird. Generell muss man sagen, und das haben die Vertreter hier beim Wohnungsbautag auch gesagt, um profitabel eine neue Mietwohnung zu bauen, Da muss man zuerst, oder muss man starten mit einer Kaltmiete von 20 Euro oder mehr pro Quadratmeter. 20 Euro in den schlechteren Lagen, deutlich mehr als 20 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete in den Ballungsgebieten, wo ja eben auch der Boden deutlich teurer ist, sprich die Gesamtkosten sich nochmal deutlich höher gestalten beim Neubau. In Hamburg, da haben wir aktuell gut 12 Euro pro Quadratmeter Miete. In München sind es 18 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. Und wie gesagt, wenn man neu bauen will, dann muss man hier deutlich über 20 Euro gehen. Das ist in vielen Städten ein ordentlicher Schritt nach oben, aber aktuell durch die Zinsen und die gestiegenen Baukosten, die gestiegenen Löhne etc. ist das aktuell einfach anders nicht mehr machbar. Generell muss man sagen, dass natürlich der Bereich sozialer Wohnungsbau, das sagt auch der Vorsitzende des Deutschen Mieterbundes, hier runter am meisten leidet. Aber die Wohnungsunternehmen, die sagen auch, es ist in Deutschland einfach zu teuer zu bauen, zu aufwendig, zu hohe Standards und dementsprechend wird es jedes Jahr teurer. Doch jetzt muss man natürlich sehen, dass in der Zukunft noch ein viel höherer Finanzbedarf entstehen wird, durch immer höhere energetische Standards. Nicht nur in Deutschland wird es jetzt ein neues Gebäudeenergiegesetz geben, sondern auch die EU-Verordnung im Bereich des Wohnens, die wird dazu führen, dass immer mehr modernisiert werden muss. Sprich, die Kosten steigen immer weiter. Das muss natürlich am Ende auch auf die Mieter dann umgelagert werden. Das heißt, günstiger wird es hier wohl in keinem Fall. Immer wieder sagt man, dass man die Regelungen lockern muss im Wohnungsbau, generell im Bau. Aber passieren tut hier politisch seit Jahren nicht wirklich viel. Eigentlich wird es eher noch schwieriger für die Unternehmen. Weitere Vorgaben statt weniger. Und dementsprechend steigen die Kosten. Und das sehen wir auch jetzt an ganz akuten Zahlen. Die Baukosten in Deutschland pro Quadratmeter, die sind zwischen 2000 und 2023 um mehr als 300% gestiegen. Und das setzt sich zum Beispiel dadurch zusammen, dass der Rohbau seit dem Jahr 2000 von 527 Euro pro Quadratmeter auf nun 1052 Euro gestiegen ist. Also über 100% kostet der Rohbau jetzt mehr als noch im Jahr 2000. Das geht aber noch von der Kostensteigerung. Heftiger ist es zum Beispiel bei den Baunebenkosten. Die sind um 125% gestiegen. Von 211 Euro auf 474 Euro im ersten Quartal 2023. Aber noch viel heftiger. Da trifft es zum Beispiel den technischen Ausbau. 318% Kostensteigerung. 124 Euro pro Quadratmeter noch im Jahr 2000. 518 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2000. Ich will euch gar nicht mit zu vielen Zahlen hier nerven. Aber das ist am Ende alles wichtig für eben die Kalkulation. Dazu kommen steigende Zinsen. Und dementsprechend haben ja auch die großen Unternehmen wie LEG Immobilien beispielsweise gesagt, wir stoppen den Neubau komplett. Die letzten Projekte werden noch zu Ende geführt. Und dann ziehen wir uns aus diesem Geschäftsfeld zurück. Auch Vonovia, das größte europäische Wohnungsunternehmen, das hat angekündigt vorerst auf den Neubau zu verzichten. Die letzten Projekte werden noch zu Ende geführt. Man wird aber weiter Baugenehmigungen einholen bei Vonovia. Man möchte trotzdem eigentlich in diesem Bereich aktiv bleiben. Aber man sagt auch unter den aktuellen Bedingungen, Baupreise plus gestiegene Zinsen, wird man das nicht weiterführen können. Solange bleibt dieser Bereich zwar im Unternehmen, allerdings wird man hier nur im Bereich der Baugenehmigung und der Planung weiterkommen. Die Realisierung von Bauvorhaben, die wird es erst geben, wenn die Krise hier in irgendeiner Art und Weise gelöst wird. Aktuell kann das allerdings nur durch sinkende Zinsen wieder passieren, dass politisch hier etwas passiert. Bei den Baukosten halte ich für sehr gewagt, beziehungsweise sind hier die Chancen sehr, sehr gering. Nun, die neuen Klimavorgaben, die kommen wie gesagt auch noch mit dazu. Das wird am Ende natürlich die Unternehmen belasten, aber auch die Mieter belasten. Denn am Ende ist natürlich eine Monetisierung, hier eine energetische Modernisierung, etwas, was man auf die Mieter umlegen kann. Zumindest 8% der Kosten kann man pro Jahr hier auf die Miete aufschlagen. Es gibt gewisse Höchstgrenzen, 2 Euro pro Quadratmeter ist hier, glaube ich, die aktuelle Regelung. Aber da muss man dann eben gucken, wo man das Geld sinnvoll einsetzt und wo man das Ganze dann auch auf die Mieter umlegen kann. Eine letzte Zahl für euch noch in diesem Bereich, und zwar die Stornierungen im Neubaugeschäft. 16% aller Firmen, die klagen bereits über Stornierungen, sprich geplante Projekte, die dann kurz vor dem Bau doch wieder abgebrochen werden. Dann storniert werden die Aufträge. Also da sehen wir, dass wir hier weiterhin ein großes Problem haben. Sind wir mal gespannt, wie es hier weiter geht. Aber gut, sieht das aktuell nicht aus. Das muss man hier an der Stelle ganz klar sagen. Eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Was glaubt ihr, wie wird es hier weitergehen? Wird Deutschland da rauskommen oder wird es weiterhin steigende Kosten geben, die den Neubau ausbremsen? Gucken wir auf ein weiteres Thema. Wir bleiben beim Thema Geld. Und zwar gucken wir auf das Geldvermögen in Deutschland. Und hier gibt es neue interessante Zahlen. Wir Deutschen sind ja ein Land von Sparern. So sagt man es zumindest. Die Deutschen haben unglaublich viel Geld auf, vor allem Sparkonten und Girokonten. Aber auch natürlich der Bereich Bargeld ist in Deutschland immer noch ein hochgehaltenes Thema. Und auch der Bereich der Wertpapiere, der wächst. Sprich, immer mehr Deutsche haben ein Aktiendepot, ein ETF-Depot, wie auch immer. Und besparen hier irgendwelche Finanzprodukte. Generell haben wir ein unglaublich hohes Geldvermögen. Das lag nun im Jahr 2022 bei rund 7.254 Milliarden Euro. Ein Jahr vorher, also das ist der Wert zum Jahresende 2022. Ein Jahr vorher waren es allerdings noch 7.624 Milliarden Euro. Also hier ging es ordentlich nach unten. Das klingt erstmal nach gar nicht so viel. Aber wir sind hier ungefähr 300 Milliarden Euro nach unten gerauscht im Jahr 2022. Das hängt natürlich damit zusammen, dass viele auch Erspartes aufgebraucht haben durch die hohe Inflation. Aber wir sehen aktuell den Trend, dass sich das Ganze schon wieder deutlich beruhigt und wieder ordentlich nach oben geht. Generell muss man aber sagen, dass wir hier im vergangenen Jahr auch ein sehr, sehr schlechtes Börsenjahr hatten. Und das ist wirklich interessant, denn hier zeigt sich nun immer mehr ein Zusammenhang zwischen Börsenkursen, also den deutschen Indizes beispielsweise wie DAX und MDAX und dem Geldvermögen der Deutschen. Und dadurch lässt sich am Ende auch ableiten, dass eben immer mehr Menschen an der Börse aktiv sind, ihr Geld beispielsweise in ETFs geparkt haben. Und wenn es hier nun mal nach unten geht, dann sinkt eben auch das Geldvermögen der Deutschen. Eigentlich ein gutes Zeichen, wenn es hier in dem Bereich der Wertpapiere mehr wird. Gucken wir uns die Zahlen mal an. Und da sehen wir, dass im letzten Jahr der DAX um 12,3% nach unten gegangen ist. Der MDAX sogar ein Minus von 28,5%, der hier am Jahresende 2022 dann vorhanden war. Also knapp 30% nach unten. Das ist wirklich, wirklich ordentlich. Allerdings haben wir dann auch im vierten Quartal eine Erholung an den Börsen gesehen im Jahr 2022. Und zack ist das Sparvermögen der Deutschen um 111 Milliarden Euro gestiegen. Da zeigt sich dann zumindest, dass hier ein Teil auch wieder an den Aktienmärkten angelegt ist. Und dass man hier mittlerweile noch keine komplette Korrelation hat, aber es zumindest eine kleine Korrelation gibt zwischen eben den Börsenkursen und dem Geldvermögen der Deutschen. Im Moment ist es so, dass wir auf einem Höchststand sind. Ein neuer Rekordstand, das teilt zumindest das Deutsche Aktieninstitut mit. Zum Ende des Jahres 2022 gab es in Deutschland 12.890.000, so ist es richtig, Menschen in Deutschland, die entweder in Aktien investiert haben, Aktienfonds oder in ETFs investiert waren. Und dementsprechend ja 12.890.000 Deutsche, die hier investieren an der Börse. Eine Zahl, die angesichts von über 80 Millionen Einwohnern immer noch relativ gering ist im Vergleich zu anderen Ländern. Aber zumindest es ist ein neuer Rekordstand. Und nach dem Beginn der Corona-Pandemie, wo es ja ordentlich nach oben ging mit den Depots in Deutschland, da ging es danach ja wieder runter. Allerdings, wie gesagt, jetzt ein neuer Höchststand. Und das könnte sich auch in den nächsten Jahren weiter bemerkbar machen, wenn wir auf das Geldvermögen der Deutschen schauen. Wie gesagt, aktuell dann im vierten Quartal ging es schon wieder um 111 Milliarden Euro nach oben. Gucken wir mal, wie sich das in diesem Jahr dann weiterentwickeln wird. Aber alles in allem muss man sagen, Jahresendstand 7.254 Milliarden Euro auf 80 Millionen Menschen. Das ist ein ordentliches Geldvermögen, welches wir hier in Deutschland haben. Gucken wir auf ein weiteres Thema. Da dann eher nicht das Thema Geldvermögen, sondern eher das Thema Geldvernichtung. Wir gucken nämlich einmal auf das Thema Cannabis und Cannabis-Aktien. Das Thema Cannabis-Aktien, das war ja vor allem in den Jahren 2015, 2016, 2017, 2018, zum Teil auch noch 2019 ein Thema, welches immer wieder in den Medien auftauchte. Vor allem aber in Foren, in Aktionärsforen, aber auch auf Titelseiten von Bild, irgendwelchen Börsenzeitschriften und Co. Cannabis-Aktien waren damals der große Trend, denn man sah, dass in Europa immer mehr Länder, auch in Amerika, Cannabis erlauben wollten oder zumindest der Trend in diese Richtung ging und dementsprechend haben viele damals auf Cannabis-Aktien gesetzt. Rückblickend muss man sagen, in vielen Fällen war das dann doch eher ein Griff ins Klo, denn die Kurse, die haben sich dann doch nicht so entwickelt, wie man das vielleicht gehofft hatte. Zumindest bei einigen Unternehmen aus diesem Bereich ging es erstmal noch weiter nach oben, bis dann doch irgendwann die Realität in den Börsenkursen eingepreist wurde. Nun haben wir in Deutschland in den letzten Wochen immer wieder darüber diskutiert, wie es hier in Deutschland weitergehen soll mit dem freien Verkauf von Cannabis. Eigentlich war die Planung der Ampelkoalition ja, dass man in lizenzierten Shops in Deutschland dann bald Cannabis erwerben soll. Doch nun zeigt sich nach der Vorstellung durch den Bundesgesundheitsminister und den Landwirtschaftsminister, dass es so weit erstmal nicht kommen wird. Eine Branche, die enttäuscht es, aber auch Investoren, die sich hier deutlich mehr erhofft haben. Und nun haben wir ein Ergebnis, wie es wohl erstmal aussehen wird. Es wird jetzt wohl so kommen, dass man drei Cannabis-Pflanzen zu Hause haben darf, legal. Aber dass man sich auch in sogenannten Cannabis-Vereinen anmelden kann, um hierüber eben Cannabis zu beziehen. Aber die eigentliche Geschäftsidee, die eigentliche Investitionsthese war ja, dass man eben in Geschäften ganz normal Cannabis kaufen kann. Und dazu wird es jetzt nicht kommen. Das ist mittlerweile klar und dementsprechend auch enttäuschend für viele Unternehmen. Zum Beispiel der Gründer der Sanity Group, die Cannabis herstellen, ein medizinisches Cannabis als auch Cannabis eben für den Genussmittelmarkt. Der sagt zum Beispiel, dass man hier eben jetzt eher das Problem sieht, dass viele Verbraucher dann vom medizinischen Cannabis hin wechseln zum entkriminalisierten Cannabis-Bereich. Aber dass man hier das Ganze eben nicht mehr frei über Geschäfte verkaufen kann, das wäre eben dann der Weg hin gewesen, um hiermit auch deutlich mehr zu verdienen, das Ganze eben ganz normal zugänglich zu machen. Jetzt wird das Ganze wieder mit unglaublich viel Bürokratie aufgeladen. So sehen es zumindest die Unternehmen aus diesem Bereich. Und am Ende wird es jetzt wohl Modellregionen geben für fünf Jahre. Das heißt, es ist absehbar, dass die nächsten sechs, sieben, acht Jahre hier auch erstmal nichts weiter passieren wird. In diesen Modellregionen soll es dann für fünf Jahre möglich sein, über lizenzierte Fachgeschäfte Cannabis zu erwerben. Das soll dann in Richtung von Shops gehen, aber wie gesagt nur in sehr, sehr begrenzten Maße. Und auch die Kommunen, die können selber entscheiden, ob sie ein solches Pilotprojekt überhaupt wollen oder nicht. Das heißt, wenn man beispielsweise nach Bayern geht, dann wird man hier wohl kaum eine Kommune finden, die das Ganze erlauben wird. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Aber dementsprechend werden wir hier wohl sehen, dass es in Deutschland dann im Bereich dieser Modellregion es ganz unterschiedlich aussehen wird, beziehungsweise viele Bereiche auch einfach nicht in der Nähe von oder viele Wohngegenden nicht in den Modellregionen sich befinden, dass man hier gegebenenfalls deutlich länger hinfahren muss. Und ob man dann überhaupt dort legal etwas erwerben kann oder ob man eben auch Einwohner in dieser Modellregion sein muss, das ist aktuell wohl noch nicht ganz klar. Aber klar ist auf jeden Fall, die nächsten 6, 7, 8 Jahre wird es keinen freien Verkauf geben, so wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Und dementsprechend sind da die Unternehmen enttäuscht. Wer früher in Cannabis-Aktien investiert hat, der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit hoch im Minus im Depot. Aber trotzdem würde mich eure Meinung interessieren, glaubt ihr weiter an dieses Thema? Glaubt ihr weiter daran, dass die Unternehmen in diesem Bereich erfolgreich sein können? Ich habe für mich gesagt, sollte das irgendwann tatsächlich ein relevantes Thema sein, in dem hohe Cashflows erzielt werden können, dann werden diese kleineren Firmen so oder so alle von den großen Tabakunternehmen aufgekauft. Da ich selber in Philip Morris und British American Tobacco investiert bin, sehe ich es hier nicht als notwendig an, das Risiko einzugehen, um in irgendwelche Cannabis-Unternehmen zu investieren, die keine Gewinne schreiben. Und dementsprechend fühle ich mich so wohler, bin gespannt, wie es hier weiter geht. Aber rückblickend muss man sagen, es gab einen riesigen Hype und der Hype, der wurde den Aussichten, aber auch eben den realen Tatsachen hier nicht gerecht. Man sollte immer darauf achten, dass man bei Hypes dann vielleicht doch, ja, etwas vorsichtiger ist und guckt, dass man hier zumindest, wenn nur mit einer kleinen Position reingeht und nicht sein ganzes Geld auf solche Hypes setzt. Zum Schluss des heutigen Börsenbuddy-Podcasts gucken wir noch auf ein Immobilienunternehmen, die in der nächsten Woche wohl tatsächlich nach langem Warten ihre Bücher öffnen werden. Ich spreche hier von der Adler Group und wenn wir dann uns in der nächsten Woche die aktuellen Zahlen anschauen, das wird es hier natürlich auch wieder auf dem Börsenbuddy-YouTube-Kanal geben, ist ja ein Immobilienunternehmen, welches aktuell viel in den Medien vertreten ist, die Adler Group, denn man hat seinen Jahresbericht nicht rechtzeitig veröffentlicht. Es gibt keine Prüfer, die hier den Jahresbericht abnehmen wollen. Die Adler Group ist ein Unternehmen mit vielen Entwicklungsprojekten in Deutschland, aber zum Stand 30. September 2022 hat man auch noch 26.219 Wohneinheiten in Deutschland besessen, die man sogar mit einer sehr akzeptablen Gesamtlehrstandsquote von 1,7% bewirtschaftet. Aber wenn man sich den Börsenkurs der Adler Group anschaut, dann stellt man fest, ein einziges Desaster. Und nun wird auch gemeldet, dass die Adler Group ihr komplettes Eigenkapital bereits aufgezehrt hat. Das heißt, wir werden hier wohl in den nächsten Wochen und Monaten weitere Notverkäufe sehen. Und ich glaube, dass man dann hier am Ende nur noch wenige 100 oder 1.000 Wohneinheiten am Ende behalten wird. Es ist also ein Unternehmen, welches riesige finanzielle Probleme hat, einen riesigen Vertrauensverlust. Trotzdem sind aber immer noch rund 26.000 Mieter bei der Adler Group, die natürlich auch keine schöne Zeit aktuell haben. Das muss man hier ganz klar sagen. Aber zumindest zum 30. September 2022, da lag der EPRA MTA, also der Immobilienwert pro Aktie, noch bei knapp 28 Euro. Und jetzt gehe ich hier im Hintergrund mal am PC einmal kurz in den aktuellen Verlauf der Adler Group. Und wir stellen fest, aktuell ist der Börsenkurs bei 79 Cent. Also zuletzt gemeldet ein Immobilienwert pro Aktie von knapp 28 Euro bei einem Börsenkurs aktuell von 79 Cent. Da zeigt sich, dass dieses Unternehmen quasi kurz vor dem Bankrott steht. Man war aktuell vor Gericht, um einen Sanierungsplan durchzudrücken. Das wurde bei einem englischen Gericht dann auch genehmigt. Jetzt muss man mal gucken, wie es hier weitergeht. Man wird hier dann wohl am Dienstag nun aktuelle Zahlen melden. Laut Unternehmenswebsite soll es ungeprüfte veröffentlichte Jahreszahlen geben. Am 25. April, da schauen wir dann hier auf dem Börsenbrudi-YouTube-Kanal natürlich drauf. Denn es ist ein Thema, welches nicht nur generell spannend ist für Immobilieninvestoren an der Börse, sondern auch für alle Vonovia-Investoren. Denn Vonovia besitzt weiterhin einen großen Teil von der Adler Group. Ein Schachzug, der rückblickend wirklich nicht klug war. 20,5% aller Adler Group-Aktien sind im Besitz von der Vonovia SE. Man wollte sich hier beteiligen, um Immobilien der Adler Group dann ins eigene Portfolio aufzukaufen. Die LEG Immobilien, die haben das noch gemacht. Die haben noch ein ziemlich großes Portfolio übernommen mit der Option auf ein weiteres Portfolio der Adler Group. Das hat man dann im Rahmen der aktuellen Situation, dadurch, dass man keine Immobilien durch die gestiegenen Zinsen aktuell mehr ankauft, Das hat man dann gelassen. Somit ist dann aber auch die Adler Group weiter in Schieflage geraten. Vonovia, wie gesagt, mit der Beteiligung hatte die gleiche Idee, sich hier Wohnungen unter den Nagel zu reißen. Aber rückblickend muss man sagen, die 20,5% an der Adler Group, die hat man bereits hier bei Vonovia komplett abgeschrieben. Das war im Rückblick eine Fehlinvestition und damit auch eine der wenigen schlechten Entscheidungen vom CEO Rolf Buch, der sonst ja sehr visionär und sehr klug gehandelt hat. In dem Fall muss man sagen, da war die Gier dann vielleicht doch etwas größer als am Ende der tatsächliche Nutzen. Jetzt bleibt es spannend zu sehen sein, ob es in der nächsten Woche dann die ungeprüften Jahreszahlen für das Jahr 2022 geben wird. Ohne Abschlussprüfer wird das Ganze natürlich weiterhin zur Verunsicherung führen. Und man muss hier ganz klar sagen, ein Investment in die Adler Group sollte man auf jeden Fall lassen. Wenn hier nicht irgendeine positive Nachricht kommt, die den Aktienkurs vielleicht nochmal von 80 Cent auf einen Euro schießen lässt, dann sehe ich hier wirklich schwarz. Wie gesagt, seit dem vergangenen Jahr, seit April 2022 ist der Börsenkurs um über 80% gefallen. Alleine davor, wenn man sich das anguckt, wir waren Anfang 2022, da waren wir noch über 20 Euro, jetzt bei knapp 80 Cent. Das ist eine Entwicklung, da sollte man auf keinen Fall jetzt darauf spekulieren, dass es hier nochmal nach oben geht. Es sieht wirklich nicht gut aus. Wie gesagt, das Eigenkapital ist komplett aufgezehrt. Das musste man auch per Ad-Hoc-Meldung vorgestern melden. Also eure Meinung gerne in die Kommentare in der nächsten Woche. Gucken wir uns dann die Zahlen, die ungeprüften Zahlen der Adler Group an. Am Ende ist es aber, glaube ich, hier wichtig zu sagen, am meisten werden die Mieter, die 26.000 Mieter drunter leiden, weil man einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Und ein Unternehmen, welches sich in so schwierigen Fahrwasser befindet, das ist dann am Ende auch kein toller Geschäftspartner mehr, auch in einer Vermieter-Mieter-Beziehung. Gucken wir, wo dann am Ende die Wohnungen landen werden. Eigentlich hätte man vor zwei Jahren ganz klar gesagt, natürlich die Großen, die werden sich die Wohnungen aufteilen und unter den Nagel reißen. Aktuell ist das Umfeld ein anderes und dementsprechend könnte es dazu führen, dass es hier zu weiteren Notverkäufen kommen wird. Deutlich unter Buchwert, was am Ende natürlich dann auch generell den Immobilienmarkt weiter nach unten ziehen könnte, wenn so viele Wohneinheiten zu einem deutlich geringeren Preis als dem Marktwert auf den Markt geschmissen werden. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Es bleibt spannend. Am Dienstag, wie gesagt, dann wahrscheinlich die ungeprüften Zahlen. Ich wünsche euch jetzt eine gute kommende Woche. Hoffentlich grüne Vorzeichen an der Börse. Eure Meinung zur Adler Group, aber auch zu den anderen Themen gerne unten in die Kommentare. Und dann sage ich, macht es gut. Bis zum, ja, dann voraussichtlich nächsten Video zur Adler Group, aber auch zu weiteren spannenden Themen hier auf dem Börsenbrot-YouTube-Kanal. Und bis zum nächsten Podcast am kommenden Sonntag. Macht es gut und eine gute Woche.